EmotoKTV In 5, 4, 3, 2, 1 Und an dieser Stelle euch allen einen schönen guten Tag. Ich hoffe es geht euch allen gut. Ja, es ist tatsächlich soweit. EmotoKTV, das Comeback. Und ja, wie soll ich eigentlich anfangen mit der ganzen Tag? Das Ganze, ich habe mir jetzt kein Skript oder so gemacht. Das Ganze ist ein bisschen Freestyle-mäßig. Ich muss mal die Kopfhörer rausnehmen. Ich brauche die nämlich gar nicht. Ich habe mir überhaupt keine Musik hier drauflaufen. Also ja, ihr seht, es hat schon nichts geändert. Ich bin auch genauso professionell wie damals. Ja, EmotoKTV, das Comeback. Und ihr seht das Ganze schon hier. EmotoKTV, der Talk. Wie machen wir das? Ich würde sagen, ich erzähle einfach mal so ein bisschen, was euch hier in Zukunft erwarten wird auf meinem Kanal. Und eigentlich so wie es mir in den letzten, oh, kann man sagen, fünf Monaten ergangen ist. Weil es ist ja jetzt, ich glaube am 10.07. kam die letzte E-Wer-Verse-Folge. 10.07.2020. und angekündigt wurde das Ganze, das habe ich mir sogar ausgesucht, dass tatsächlich am 5.06. Also am 5.06. habe ich angekündigt, dass das E-Wer-Verse-Folge eingestellt wird, wo ja viele gesagt haben, oh, der Troll ist sowieso wieder nur rein. Hat am Ende kaum einer gedacht, das ist wirklich die ernste Meine. Aber wie es halt so war, BWE 2K20 hat sich halt dann doch nicht gelohnt. Ich muss die Kamera mal ein bisschen in die Mitte stellen. Ja, was erwartet euch so auf meinem Kanal und wie geht es mir so? Also, die meisten wissen ja, dass ich unter das Thema YouTube einen großen Haken gemacht habe. Wer den Kanal verfolgt hat, der wird das alles hier mitbekommen haben. Was ich tatsächlich auch vorgehabt habe, größtenteils habe ich mich sogar auch daran gehalten. Also es kam eben, weil ich ja von YouTube auf Twitch gewechselt bin, weil ich dann gesagt habe, okay, BWE, das Thema ist für mich Geschichte. Ich fokussiere mich dann jetzt hier komplett auf Twitch und werde mich da komplett in Lucky 5 reinstürzen, der GTA Roleplay Server von Heideltraut. Und da bin ich auch bis heute noch. Also es gab mal ein paar Wochen, wo ich so mehr oder weniger nicht gespielt habe, weil für mich so einfach, ja, mir hat so ein bisschen der Spaß gefehlt an dem Server. Es hat sich einfach, es war einfach nur rumstehen und labern. Da habe ich dann auch zu den anderen gesagt, mit denen ich halt im RP und auch abseits von RP mehr zu tun habe, ey, komm, da können wir auch aus dem RP rausgehen. Da können wir uns dann auch hier im Discord treffen, können Discord ein bisschen chillen und uns da unterhalten. Da haben wir im Endeffekt mehr von, als sich jetzt auf Krampf im RP da irgendwie aufzuhalten, wenn sowieso nichts passiert. Ja, und wie gesagt, ich habe dann ein bisschen Pause gemacht, habe dann auch mal auf einem anderen Server gespielt, wieder der neu an den Start gegangen ist. Das war auf Home5, da habe ich auch ein Einreisevideo zu gemacht. Aber ich muss da halt sagen, Home5 war nicht so wirklich der Server, der mir Spaß gemacht hat. Viele kritisieren ja Lucky5 zum Beispiel. Ja, es dauert zu lange, bis man an irgendwas rankommt. Das Lustige ist ja eigentlich, dass das ja auch genau das ist, womit Lucky5 wirbt. Also Lucky5 ist wirklich ein Langzeit-RP-Projekt, wo nicht jeder schon nach einer Woche mit einem Supersportwagen rumfährt. Ich habe es jetzt zum Beispiel da geschafft, einen Sugoi zu fahren. Also ich habe für diesen Sugoi fast ein halbes Jahr gebraucht, bis ich den hatte. Der hat 25.000 gekostet im RP und ich finde das ehrlich gesagt auch cool, wenn das dann so ist, wenn das wirklich realistisch gehalten ist. Ich meine, klar, der ein oder andere wird das nicht so toll finden, aber wie gesagt, das ist so, wird Lucky5 beworben und dann sollte man sich einfach auch mal so ein bisschen mit dem Server auseinandersetzen, bevor man sich dann hinterher hinstellt und so mit dem Finger zeigt, ey, du, 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 das war scheiße, euer Server ist der letzte Dreck, man kommt ja zu nichts. Zwischendrin gab es dann also diese Phase, wo ich auch dann so ein kleines Tief hatte. Das war eben so diese staatliche Unterstützung im RP, weil du, ja, die, du kriegst halt 240 Dollar Zuschuss hast du bekommen, du kriegst pro Stunde waren das glaube ich 40 Dollar, also du hast maximal für 6 Stunden was bekommen. Früher war das noch ganz anders, da gab es gar kein Limit und das war zu wenig. Dadurch sind glaube ich auch viele vom Server runtergegangen, ich habe den Server die Treue gehalten, weil ich persönlich sagen musste, auf allen RP-Servern, wo ich bis jetzt gespielt habe, war mir einfach das RP, oder fand ich das RP auf Lucky5 am besten. War einfach die RP-Qualität, das Niveau war dort definitiv over the top. Was jetzt nicht heißt, dass das bei den anderen Servern scheiße war, wo ich gespielt habe, aber es ist einfach kein RP, was mir Spaß macht. Wenn du den ganzen Tag auf dem Farmfeld stehst, oder sowas, ich erlebe halt lieber was. Die ganzen Farmzommies ist halt so absolut nicht mein Ding. Das habe ich auf Unity gehabt, habe ich auf Home5 gehabt und Lucky5 gibt sowas eben. Da hast du diese Mini-Jobs, diese paar, aber das macht halt auch kaum einer, außer du kommst jetzt halt wirklich ganz neu auf den Server und willst halt schnell an ein Auto rankommen. Ja, das ist auf jeden Fall so der kleine Einblick in die RP-Szene. Ich werde auf jeden Fall weiter auf Lucky5 spielen, weil es mir da, wie gesagt, am meisten Spaß macht. Muss jetzt auch so ein bisschen auf den Punkt eingehen. Ja, viele von der Community sind ja nicht mehr da. Ich bin jetzt halt auch mal gespannt, wie viele sich dieses Video anschauen werden. Was ich aber auch verstehen kann, tatsächlich. Also der eine oder andere hat dann auch mal hier in meine Twitch-Livestreams reingeschaut. Findet ihr www.twitch.tv slash evo2k findet ihr aber auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und das muss man schon sagen, RP-Szene ist halt nicht jedermanns Sache. Es ist so, ich vergleiche es einfach mit Big Brother. Big Brother guckt halt auch nicht jeder, weil es einfach die Leute nicht interessiert, weil man sich dann denkt, jo, da kann ich auch selber irgendwas zocken, als hier so dieses Second-Life-Ding zu beobachten von anderen. Auch wenn es natürlich da oft spannend ist, man muss halt wirklich, das muss halt ein Genre für einen sein. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich kann mit, keine Ahnung, so diesen Strategiespielen zum Beispiel überhaupt nichts anfangen. So Age of Empires und sowas ist überhaupt nicht mein Ding. Das ist halt eine Geschmackssache und das ist dann auch absolut okay für mich, wenn dann viele sagen, jo, ich habe da kein Interesse mehr dran. Aber ich wünsche dir alles Gute. Das ist absolut der Gilt. Bin da kein Böse. Ja, wo ich tatsächlich mir so ein bisschen, ja, wobei, ich kann mir noch keinen Vorwurf wirklich machen. Ich habe mich schon, also ich gebe das zu, ich habe mich von der Community, von meinem Discord-Server sehr, sehr, sehr zurückgezogen, distanziert. Das war aber auch absolut nicht böse gemeint, sondern das ist einfach so aufgrund der Geschehnisse, was halt so passiert ist, wo meine Mama gestorben ist, Anfang März. Man muss da erstmal einen Weg für sich finden. Man kann da nicht einfach direkt da so weitermachen, als wäre da jetzt nichts passiert. Und, ähm, ja, wenn dann eben viele wieder kommen und ich habe zum Beispiel, mich interessiert Wrestling auch nicht mehr. Das habe ich auch schon mal gesagt hier vor, ich glaube, das habe ich sogar wirklich in meinem letzten Evoverse-Video schon gesagt, dass ich Wrestling an mehr verfolge. Ihr könnt mal sehen, wie lange ich jetzt schon keinen Wrestling mehr gucke. Ich gucke keinen AEW, ich gucke keinen WWE, ich gucke sogar momentan nicht mal Eishockey, ich gucke keinen Fußball, weil es einfach, das ist bei mir einfach so ein Wandel, der vollzogen wurde. Und, ich spiele keinen FIFA mehr. So all diese Dinge, womit ich vorhin Spaß hatte. Ich spiele da überwiegend wirklich GTA RP, weil es eben das ist, wo ich auch gesagt habe, dass das für mich der Weg gewesen ist, um ins Leben zurückzuwinden. Das war für mich eine Beschäftigungstherapie. Da haben viele, viele Menschen unbewusst Gutes für mich getan. und da versuche ich dann auch ein bisschen was zurückzugeben. Tatsächlich auch für den Server Lucky5. Weil, ja, keine Ahnung, ich fand das halt nicht so selbstverständlich, dass dann auf einmal Leute auch abseits vom RP für mich da gewesen sind, die halt so durch meinen Streams die Geschichte mitbekommen haben, was bei mir passiert ist. Man muss ja noch überlegen, wie gesagt, meine Mutter ist Anfang März gestorben, 2020, und am 19. Dezember war das, glaube ich, 19. Dezember 2019 ist erst mein Onkel gestorben. Der hatte Krebs, bei meiner Mutter war es aber halt eben so. Wir haben wirklich ein perfektes Leben geführt, äh, geführt, so in der Familie. Also, wir waren alle total glücklich, wenn man jetzt mal den Punkt absieht, dass mein Onkel gestorben ist. Aber wenn du halt wirklich so in diesem Happy Life drin steckst und wirklich so ohne Anzeichen ist dieses Happy Life auch immer vorbei, weil einfach wirklich so die wichtigste Person aus dem Leben rausgenommen wird, so dieses Familienbindeglied, das ist halt schon heftig. Und, äh, das ist halt auch ein Prozess, der nicht von jetzt auf gleich beendet ist. Das dauert einfach eine gewisse Zeit. Und da ist es halt auch so, von mir haben sich, das habe ich auch auf Instagram gepostet, von mir haben sich Leute abgewendet, nenne ich es jetzt einfach mal, oder, ja, keine Ahnung, eigentlich so ein Zusammenspiel aus beidem, so wirklich gute Freunde von mir, mit denen ich nichts mehr zu tun hatte, die meine Mutter auch seit 25 Jahren gekannt haben. Aber die mir dann Vorwürfe gemacht haben, dass ich eben, ja, mich ja zurückgezogen habe, dass das ja irgendwie so eine Einbahnstraße ist und, äh, ja, so mehr oder weniger durch die Blume gesagt, dass ich ja auf die Freundschaft nichts geben würde. Ich würde immer nur, kann man von mir erzählen, weil ich würde mich gar nicht für die anderen interessieren. Was ich absolut, äh, abstreiten kann. Also, ich glaube, das werden auch andere Leute, die mich kennengelernt haben, so speziell im letzten Mal im Jahr, bestätigen können, dass ich jemand bin, dem sein eigenes Leben, ich will jetzt nicht sagen, egal ist, das ist jetzt übertrieben gesagt, aber ich denke immer zuerst an die anderen Menschen. Also, ich, ich frage dann auch eher nach, ja, wie geht's dir so, obwohl es mir selbst schlecht ging. Weil ich einfach denke, ich kann irgendwas Gutes tun damit, wenn ich für andere Menschen da bin. Und wenn du dann wirklich mit sowas konfrontiert wirst, von Freunden, die du seit Jahren kennst, die die Umstände sogar kennen, warum man sich eventuell zurückgezogen hat, warum man derzeit nichts mit den Leuten macht, weil es halt Corona da ist, das ist halt auch eine Sache, die viele nicht verstehen. Ich wohne ja bei meinem Stiefvater mittlerweile wieder, er ist 65, dem seine zwei Eltern leben noch, die sind über 90, das sind Risikopatienten. Ich kann da nicht einfach so großartig durch die Weltgeschichte gehen, mich mit Freunden treffen, die tagsüber mit anderen Leuten zu tun hatten, mit ganz, ganz vielen fremden anderen, wo ich nicht weiß, hat der irgendein Corona? Und dann gehe ich nach Hause, sehe den, und dann stecke ich den eventuell an, und er steckt unbewusst seine Eltern an. Das ist was, da würde ich absolut nicht klarkommen, und deswegen habe ich mich da tatsächlich auch so zurückgezogen, dass ich wirklich überwiegend zu Hause bin, mit keinem was mache, weil ich einfach denke, das ist der vernünftige Weg. Es gibt ja so diese ganzen Corona-Leugner, aber an die kann ich einfach mal echt sagen, ey Leute, ich werde das Wort jetzt nicht aussprechen, aber es beginnt mit F, hat vier Buchstaben, und danach folgt ein dich, oder euch, wie auch immer. Ich habe eine Woche lang auf der Intensivstation verbracht, wo meine Mutter um ihr Leben gekämpft hat. Die ganzen Türen waren da offen, von den anderen Behandlungsräumen, wo ich auch gesehen habe, wie Menschen um ihr Leben gekämpft haben. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe wirklich das Leid gesehen, was es so im Leben gibt. Meine Mutter zum Beispiel ist, die hat ja, ich weiß jetzt nicht was da, aber diese Medikamente einfach, die war aufgeblasen wie ein Luftballon. Meine Mutter hatte einen normalen Körperbau, nicht zu dick, nicht zu dünn, und du siehst die dann als, als Kind, die Frau, die dich großgezogen hat, die wirklich wie ein Luftballon aussieht. Und das sind Bilder, die vergisst du einfach nicht. Das kannst du nicht einfach so ausblenden. Und das war halt kein Einzelfall. Das war bei vielen anderen Patienten, die da auf der Intensivstation gelegen haben, auch. Und ich weiß halt durch Leute, die auch Ärzte sind, die eben auch Corona-Patienten behandeln, sich um die kümmern, dass das da ähnlich ist. Und dann so diese ganzen Deppen, Vollidioten, die dann hier ihre Verschwörungstheorien aufstellen, von wegen, ja Corona gibt es alles gar nicht, kriege ich echt einen zu viel. Da sage ich einfach wirklich, ey Leute, ich hoffe für euch, wenn ihr das mal bekommt, dass ihr dann auch so sagt, ja nö, ich möchte keine hier Behandlung und sowas, kümmert euch um die anderen. Aber das sind dann natürlich die Ersten, die dann rumheulen wahrscheinlich, wenn sowas dann doch stattfindet. Ist aber ein anderes Thema auf jeden Fall. Ich wollte einfach nur mit dieser ganzen, mit diesem Beispiel, eben, was ich gerade gesagt habe, dass meine Mutter so aufgeblasen war, wie ein Luftballon, sie überhaupt nicht mehr zu erkennen war, das vergisst du einfach nicht. Dein ganzes Leben lang wirst du das nicht vergessen. Das Traurige ist, was ich vergessen habe, weiß nicht mehr, wie es anhört, wenn meine Mutter gelacht hat. Ich weiß, wie ihre Stimme klingt, aber ich habe keine Erinnerung mehr daran, wie es sich angehört hat, wenn meine Mutter gelacht hat. Das verletzt mich, das tut mir weh und das macht mich traurig. Aber wie dem auch sei, ich mache halt weiter irgendwie. Und das habe ich auch dieses ganze Jahr über getan. Ich habe versucht, mich um Leute zu kümmern, denen es nicht gut ging, die halt auch Scheiße durchgemacht haben. Und ich bin definitiv kein Mensch, der nur an sich selbst denkt oder irgendwie, keine Ahnung, nur irgendwie von sich erzählt und die das Leben von anderen ist mir egal. Das ist auf gar keinen Fall so. Wie gesagt, da sollte man einfach auch sich mal in die Situation von der Person reinversetzen, wo auch gewusst wird, jo, bei dem Leute seit fünf Jahren nur Scheiße. 2015 ist zum Beispiel meine Oma einen Tag vor Weihnachten gestorben. Bei ihr hat es sich zumindest abgezeichnet, weil die hatte eben ja, ein Tumor in der Blase und für sie war es eine Erlösung. Mein Onkel auch. Mein Onkel hatte Krebs gehabt, für den war es auch eine Erlösung. Aber wenn halt so was immer vor Weihnachten passiert, also dieses Fest der Liebe, wo eigentlich alle so beisammen sind und man denkt, ja, an diesen Tagen, an diesen Feiertagen, da kannst du diese ganzen Sorgen vergessen, das prägt sich bei mir dann halt ein. Ich habe auch immer gesagt, jetzt dadurch, dass meine Oma gestorben ist, das war halt immer so als Kind, es waren alle bei meiner Oma gewesen, wir hatten echt eine große Familie gehabt, bei meiner Oma und bei meinem Opa, mein Opa ist sogar auch, mein Opa ist im Jahr 2000 gestorben, wo ich im Urlaub war, mit Mitte 70. Bei dem gab es auch irgendwie keine Anzeichen, dass der wie krank ist oder sowas. Also, ich bin, was sowas echt betrifft, keine Ahnung. So, wenn halt bei mir das Schicksal reinklatscht, dann richtig. Aber wie gesagt, dadurch, durch das halt immer so Weihnachten bei meiner Oma gefeiert wurde und meine Oma war halt nicht mehr da. Weihnachten war für mich nicht mehr dasselbe. Also, es hatte für mich jetzt nicht mehr so die große Bedeutung. Meine Mutter hat das dann versucht, so ein bisschen zu übernehmen, dass dann eben Weihnachten bei uns ist mit der Familie, aber dadurch, dass meine Mutter jetzt halt auch nicht mehr da ist, sag's euch wirklich, das letzte Weihnachten, das ist heftig gewesen. Geburtstag von mir, absolut heftig gewesen. Geburtstag von meiner Nichte absolut heftig gewesen. Von meiner Tante, von meinem Cousin. Du merkst einfach, es fehlt eine Person. Die Person, die halt immer was erzählt hat, was so los ist, aber auf der Arbeit, wo du dann über gewisse Situationen nur mit dem Kopf schütteln konntest, dass sowas überhaupt hier passieren kann. Ich meine, das kennt ja auch jeder. Jeder erzählt ja immer von der Arbeit, aber was halt da wirklich so an Storys passiert ist und auch die schönen Dinge, die meine Mutter erzählt hat. Ja, zum Beispiel, wir haben Verwandtschaft in Amerika und sie hat es halt irgendwie geschafft, durch Facebook diese, ja, wieder diese Beziehung herzustellen und hat auch einen guten Kontakt zu den Leuten gehabt. Ist jetzt auch wieder komplett abgebrochen. Ja, wie gesagt, das sind halt so diese Dinge, die mich verletzt haben, so auf psychologischer Sicht, die mir wehgetan haben. Und ich hab halt versucht, irgendwie einen Weg zu finden, da rauszukommen. Mir hat halt so dieses GTA-RP echt gut getan und das verstehen halt viele. Und ich glaub, sowas verstehst du wirklich nur, wenn du in einer Situation drin bist, wo du wirklich einen richtig schweren Rucksack tragen musst, jetzt so dein Leben lang. musst halt irgendwie einen Weg finden, da rauszukommen. Und ich denke, mir ist das so einigermaßen gut gelungen. Mir geht's so heute auch wirklich. Mir geht's heute natürlich auch richtig beschissen noch mit dieser ganzen Situation, weil ich einfach weiß, sie wird nie mehr wieder da sein. Aber ich bin einer, ich bin jetzt nicht unbedingt so der gläubige Typ, dass ich in die Kirche gehe und bete und so. Das mach ich nicht. Aber ich glaube trotzdem daran, ich werde irgendwann meine ganze Familie wiedersehen. Wir werden wieder zusammen an einem Tisch sitzen, wir werden wieder zusammen Weihnachten feiern. Irgendwann wird das so sein. Und das ist halt das, was mir Kraft gibt. Und ich versuche dann einfach so mein Leben nochmal weiterzumachen, damit dann irgendwann, wenn ich dich wieder in den Arm nehme, sagen kann, jo, hier, ich bin stolz auf dich, wie du dein Leben danach gemeistert hast, als wir alle weg gewesen sind. Das ist so mein Ziel. Und um nochmal auf das Thema zurückzukommen, mir tut es halt auch echt leid, wie ich dann jetzt hier auf meinem Discord mich so zurückgezogen habe. Also auch so die Leute, die sich für mich gekümmert haben. Hier Daniel, Michi, Luki, Malu, Tracer, Dragon, die halt für mich da gewesen sind, die ich immer informiert hatte, wenn es bei meiner Mutter, wo sie auf der Intensivstation lag, wo ich denen immer ein Update gegeben habe. Auch Daniels Frau, Mandy. Mir tut das wirklich leid, dass ich mich da zurückgezogen habe. Aber es hat mir persönlich auch echt, das habe ich auch schon beim Stream gesagt, dadurch, dass sich meine Interessen so verändert haben, mich interessiert Wrestling nicht mehr. FIFA ist mir komplett egal, weil es einfach für mich so ein, das ist so ein Trigger-Game einfach. Und ich konnte einfach in diesem Jahr keine Trigger-Momente gebrauchen. Und wenn du dann halt so in diesem Voice-Channel drin bist und es wird halt nur rumgeflucht und es wird über Themen gesprochen, wo du echt keinen Bezug mehr zu hast, da fühlst du dich halt so ein bisschen fehl am Platz. Ich weiß, das ist blöd gesagt, weil ich war ja nicht fehl am Platz. Ich bin ja so im Prinzip derjenige, warum diese Community überhaupt entstanden ist. Ich habe so diese ganzen Leute zusammengebracht quasi. Aber ich hoffe halt auch wirklich, dass da jeder versteht, was bei mir los ist, dass ich da eine Auszeit einfach gebraucht habe. Diese Auszeit hat jetzt eben so ausgesehen, dass ich wirklich für mich sage, ja, ich vermisse das alles gar nicht. Also, ich vermisse Wrestling nicht, ich vermisse Fußball oder FIFA derzeit nicht. Das meine ich damit. Euch alle, das vermisse ich schon, den Kontakt. Ich habe halt oft so Momente, wo ich dann sage, jo, heute gehe ich mal zu den Reihen, zu euch wieder in den Discord. Aber es tut dann einfach doch irgendwie, keine Ahnung, es ist dann, dann kommt wieder so ein Tief, so ein Tief, wo ich mich dann irgendwie ablenken muss. und das ist halt so, es sitzt halt hier drin irgendwie und das geht halt nicht so raus. Das sind halt so diese Stimmungsschwankungen, die ich wirklich habe, die halt nicht einfach so weggehen. Das wird noch eine Zeit lang dauern. Aber ich verspreche euch, ich werde definitiv wieder zu euch kommen, wir werden wieder zusammen mal was zocken, sofern das noch möglich ist, weil ich habe jetzt gesehen, die meisten oder einige von euch haben ja die PS5, ich habe mir die PS5 nicht geholt und ich werde mir die PS5 auch frühestens erst holen, wenn dann irgendwann GTA 6 angekündigt ist. Bei einem Normalfall war es ja in den letzten Jahren so, GTA kann man erst für die Konsolen raus und dann für den PC. Weil das, was ich spiele, das kann ich auch auf PC spielen. Und ganz ehrlich, ich habe auch auf PC eine weitaus größere Auswahl an Spielen. Deswegen, mein Computer, da nochmal danke schon an Daniel, der hat mir den so zusammengestellt, dass ich da erstmal für die Zukunft abgesichert bin, wo ich mir keine Gedanken machen muss. Und deswegen ist für mich halt eine PS5 derzeit absolut uninteressant. Also eine PS4 hätte ich noch, aber ich habe nicht mal mehr PS Plus, keine Ahnung. PC können wir zusammenspielen, da wäre ich dabei. Teilweise gibt es ja sogar Crossplay Games mittlerweile, aber auch keine Ahnung, einfach nur quatschen mit euch. Das ist alles ja, komplett möglich. Und ja, keine Ahnung, ich kann jetzt einfach mal so noch erzählen, wie halt so allgemein mein Jahr gewesen ist. Der eine da ran hat das ja auch mitbekommen. Ich habe zum Beispiel von November bis Dezember bei der Post gearbeitet als Paketzusteller, das hat mir echt viel Spaß gemacht. Und es ist halt so dieses selbstständige Ding. Also du hast halt den ganzen Tag keinen, der dir auf die Finger geguckt hat, du warst halt wirklich für dich alleine verantwortlich. Für das, was du gemacht hast, warst du komplett alleine verantwortlich. Ich mag das halt nicht mehr so, weil ich es ja durch meinen vorherigen Job auch gewöhnt bin, dass ich wirklich meinen Alltag oder meinen Arbeitstag selbst gestalten konnte. Wenn du halt im Außendienst gearbeitet hattest, dann bist du halt verwöhnt. Aber momentan ist es halt schwierig unter Corona-Bedingungen wieder in diese, in diesen Job reinzukommen. Und da habe ich mir irgendwas gesucht, jetzt natürlich eine ganz andere Sparte, aber wo ich zumindest wieder für mich selbst arbeiten kann. Das war eben dann als Paket drohte. Viele, muss ich halt auch sagen, womit ich jetzt zum Beispiel aufräumen kann, eigentlich wäre das ein interessantes Thema für so einen eigenen Talk. Jetzt nicht hier in dieser ich bin wieder da-Folge. Ich habe das nämlich auch oft gelesen, zum Beispiel Viper hat das geschrieben, sorry, wenn ich das jetzt hier rauspicke. Wenn ich dann bei der Post bin, ob ich dann auch so einer bin, der einmal kurz klingelt und dann sofort wieder geht. Also ich kann mit dieser ganzen Theorie aufheben, dass das bei der Post nicht so ist. Du klingelst und dann wartest du im Normalfall so 20 Sekunden, ob jemand aufmacht und dann klingelst du noch mal. In der Zeit, wo du noch mal klingelst, füllst du eigentlich schon an deinem Scanner aus, jo, die Person ist nicht da, musst diese ganzen Tasten drücken, dass das Paket in die Filiale kommt. Allein dieser ganze Prozess dauert 30 bis 45 Sekunden und dann druckst du noch was aus und klebst das auf einen Zettel drauf und wirfst das in den Briefkasten. So. Es ist wirklich nicht möglich, innerhalb von so kurzer Zeit abzuhauen. Du musst ja so lange davor stehen, weil du das in den Briefkasten werfen musst. Deswegen alle wirklich die gegen die Post abrotzen. Sollten wirklich mal einfach von mir aus als Entlaster bei der Postarbeit oder mal ein Praktikum hier für eine Woche machen, damit einfach alle mal sehen, was das eigentlich für ein Knochenjob ist. Vor allem in der Weihnachtszeit. Also ich habe da teilweise 200 Pakete gehabt und die eben alle ausgeliefert werden mussten. Das waren nicht nur so kleine Pakete, das waren auch hier so riesengroße Pakete. Das Beste war zum Beispiel die Caritas. Ich weiß nicht, ob sowas auch bei euch gibt die Caritas. Ob das jetzt irgendwie so nur so eine Limburg-exklusive Sache ist oder so, keine Ahnung. Da habe ich mich nie mit auseinandergesetzt. Die haben an einem Tag haben die 10 Stühle bestellt. So richtig schwere Metallstühle, die ich da reinschleppen musste. Und das ist einfach ein Knochenjob. Und ich habe großen Respekt von demjenigen, der mich angelernt hatte, der das seit über 40 Jahren macht oder keine Ahnung gelangt. Der geht jetzt in Rente nächstes Jahr. Oder dieses Jahr geht der jetzt sogar in Rente. Wir haben jetzt 2021. Also wie gesagt, allergrößten Respekt davor. Ich bin auch einer, der immer bei die zum Beispiel Hermes abgerotzt hat. Aber bei Hermes war es da teilweise wirklich so. Die kamen einfach nicht. Also, nö, einfach keinen Bock gehabt. Aber wenn man auch mal sich so mit Reportagen auseinandersetzt, wie das einfach so die Bedingungen bei Hermes sind, mit denen würde ich auch gar nicht tauschen wollen, ganz ehrlich. Aber wie gesagt, alle, die gegen Paketboten was sagen oder sowas, da sollte man sich mal reinversetzen in die Situation. Was mich zum Beispiel auch mal so getriggert hat, die Leute, die so im dritten Stock wohnen und da meinte ich jetzt keine älteren Menschen mit. Da ist das was ganz anderes. Aber wirklich so, welche hier so 20 bis 30, die dann wirklich drauf gewartet haben, die wussten, die kriegen ein schweres Paket, die dann einfach oben gewartet haben und da einfach nichts gesagt haben, die das so als selbstverständlich hingenommen haben, dass, ja, der Paketbot, der bringt mir das schon hoch. Und das ist meiner Meinung nach echt unterste Schublade. Also zumindest mal ein paar Treppenstufen entgegen gehen. Das ist so das, was einfach, denke ich mal, so eine, wie soll ich das formulieren? Der logische Menschenverstand einfach. Da appelliert man, oder sollte man dran appellieren, aber die sollten auch selbst eigentlich darauf kommen, dass man das so machen sollte. Einfach wirklich mal, oder das kann ich auch allen mitgeben, weil ich jetzt halt weiß, wie das ist. Wenn ihr ein Paket erwartet, kommt eurem Paketboten einfach mal ein bisschen entgegen, ein paar Treppenstufen. Der freut sich darüber. Der freut sich definitiv darüber. Auf jeden Fall, wie gesagt, dieser Job bei der Paketbots hat mir echt Spaß gemacht. Mein Vertrag ist halt ausgelaufen. Ich muss allerdings dazu sagen, ich hätte diesen Job gar nicht länger machen können, als bis zum 24.12. weil tatsächlich, meine Gesundheit macht es nicht mit. Und das ist halt momentan auch so ein Punkt, der heftig ist. Ich bin seit dem 25, war es richtig extrem, ich konnte kaum laufen, einfach weil mir der Rücken so weh getan hat. Vermute, weil ich nämlich zwei Tage vor meinem letzten Arbeitsplatz, also am 22. war das, da bin ich richtig extrem auf die Fresse geflogen. Da bin ich eine Treppe runtergegangen und die war wirklich wie so Seife. Es hat halt geregnet an dem Tag und ich bin einfach weggerutscht und ich denke mal, da habe ich so eine Schutzhaltung eingenommen, wollte mich abfangen und da habe ich mir garantiert irgendwie so einen Nerv eingeklemmt. Ich habe erst gedacht, scheiße, ich habe Bandscheibenvorfall oder so, aber Bandscheibenvorfall auf gar keinen Fall, weil dann wird viel mehr wehtun. Ich muss aber auch dazu sagen, wenn jetzt einer denkt, öh, man soll nicht einen Teufel an die Wand malen. Ich habe es seit 2008 mit Bandscheibenproblemen zu kämpfen. Das ist nicht so extrem, aber 2008 war es richtig heftig. Aber ich bin auf jeden Fall jemand, der unter chronischen Rückenschmerzen leidet, wogegen du auch nichts machen kannst. Deswegen weiß ich auch, wie sich Bandscheibenprobleme anfühlen. Ich war damals im MRT oder wie das heißt. Bei mir drücken die untersten drei Wirbel der Wirbelsäule in die Bandscheibe rein. Da kannst du ja nichts gegen machen. Ich habe auch Krankengymnastik alles damals gemacht. Das bringt aber alles nichts. Deswegen ist es halt was, womit ich, was ich akzeptieren muss, was dann einfach so, ja, mich an mein Lebensende begleiten wird. Ist jetzt alles besser gewesen, aber jetzt so dieser Job bei der Post hat das Ganze wieder so richtig zurückgebracht, dass ich mich wirklich derzeit schwer tue. Also es gibt auch Clips auf Twitch, wo ich mich bewege, wo es wirklich hier oben alles wehgetan hat. Und auf der einen Seite definitiv schade, weil das Kollegium war cool, der Job hat Spaß gemacht. Man hat auch mal Trinkgeld bekommen, das war eine sehr, sehr schöne Sache. Also ich habe mir eigentlich immer, wenn ich mir so quasi, ich habe mir wirklich fast mal einen Wocheneinkauf immer mit dem Trinkgeld finanziert, weil da gut was zusammengekommen ist. Kann natürlich auch daran liegen, weil ich mehr Weihnachtszeit ausgemacht habe. Ansonsten, was noch so passiert, ja. Ich habe, keine Ahnung, ich habe von draußen eigentlich nicht viel mitbekommen, weil seitdem Corona war, ich bin eigentlich nicht großartig rausgegangen. Ich bin da einkaufen gewesen, ich bin mit dem Hund spazieren gegangen, aber ich habe vom Leben draußen nicht viel mitbekommen und ich muss ehrlich gesagt sagen, keine Ahnung. Ich habe auch jetzt, also was ich wirklich vermisse, ist halt so einfach mal wieder, ja, einfach mal so zu so einem Eishockey-Spiel gehen oder sowas. Also auch wenn ich jetzt Eishockey nicht mehr im Fernsehen gucke, das nicht vermisse, aber einfach mal so wieder zu so einem Event gehen. Das muss man auch sagen, ich habe mich mit Leuten von Lucky5 getroffen, wer halt so Dings verfolgt, meine Streams. Also Bea, die spielt die Haley Casey und Tico, der spielt halt Tico. Tico spielt Tico, voll toko. Mit denen habe ich mich getroffen, das Wochenende, bevor der Lockdown wieder kam. Und echt sehr, sehr sympathische Menschen, hat mich sehr gefreut. Ich habe auch mit denen abseits von der LP viel zu tun, wir quatschen viel, wir zocken andere Spiele. Green Hell haben wir zum Beispiel zusammen gespielt, Phasmophobie haben wir zusammen gespielt, Immongas haben wir zusammen gespielt. Und das sind Menschen, die mir ans Herz gewachsen sind und denen ich auch wirklich viel zu verdanken habe, weil die mich halt auch immer im LP quasi unbewusst aufgebaut haben. Also die wussten zum Beispiel am Anfang gar nichts davon, was bei mir so privat los ist. Und dadurch eigentlich, dass ich mich denen irgendwann geöffnet habe, ich bin halt ein Mensch geworden, ich erzähle nicht mehr jedem alles. Es gibt wirklich so, keine Ahnung, ich muss erstmal wirklich so das Gefühl haben, jo, der Person kann ich mir anvertrauen. Das Gefühl habe ich dann irgendwann bei den beiden gehabt. Dass die halt wussten, was bei mir so los ist. Denen habe ich dann auch ein bisschen mehr erzählt, als eben nur, dass jo, meine Mutter ist halt gestorben Anfang März. Sondern denen habe ich auch so diese ganze Story dann so ein bisschen erzählt. Deswegen auch ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass die halt immer für mich da seid oder dass ihr immer für mich da seid. Genauso die anderen, die ja so auf Discord sind. Wir haben ja diesen GTAP Elite Server gegründet. Zumbali, Daniels, Cheap wird es keinen vergessen. Also ich zähle immer so quasi diese Gründungsmitglieder von der ganzen Sache auf. Ansonsten ganz, ganz viele andere natürlich auch. Ja, ähm, ich denke mal, das war jetzt, ich habe jetzt eine halbe Stunde die Aufnahme schon. Ich komme jetzt einfach mal zu dem, was so euch dann in Zukunft erwarten wird. Also, es wird sich nichts daran ändern, also es wird kein WWE-Content mehr auf meinem Kanal geben. Was ich tatsächlich sagen muss, ähm, ich werde mir sehr wahrscheinlich, wenn es dann irgendwann kommt, das AEW-Game holen. Aber das ist ja noch nicht offiziell angekündigt. Also da steht ja noch gar, ich glaube, es steht noch gar nicht fest, wann das kommen soll. Also von daher braucht man sich da jetzt noch gar keine Gedanken drum machen. Ähm, was so auf meinem Kanal eben passieren wird, das wird so ein Hauptbestandteil sein. Verfolgt mittlerweile zum Beispiel, wenn ich im Bad bin, wenn ich mich morgens fertig mache, gucke ich mir ganz gerne einfach so Talks an, hier so Stay und Montana Black. Ich finde da viele Themen, worüber die reden, sehr, sehr interessant, weil es einfach wirklich brisante Themen sind, was halt so in der Welt derzeit los ist. Und das finde ich eine spannende Geschichte. Und sowas würde ich eben auch gerne machen, dass ich jetzt hier quasi so einen Talk mache, wo ich oft mal alleine rede, wenn es halt wirklich ein Thema ist, was mir persönlich wichtig ist, wenn ich zum Beispiel über Eishockey reden will, wo ich weiß, da finde ich keinen der mitreden kann. Aber ich werde mir auch dann so Talkgäste reinholen, dass das Ganze aber überschaubar ist, dass man sich nicht zu sehr ins Wort fällt. Also ich werde das erstmal so auf ein bis zwei Gäste dann festlegen, damit man wirklich eine schöne Diskussion führen kann. Und ja, dann werden wir so ein paar Themen reden, wo ich auch schon den Leuten gesagt habe, ja, ihr könnt euch was überlegen, wenn ihr irgendwas habt, worüber ihr gerne sprechen möchtet, dann können wir das hier gerne mal dann bei mir machen. Und ein bisschen Reichweite habe ich ja noch. Also wenn ich ein Video zum Beispiel hochgeladen habe, dann waren ja immerhin noch ein paar Views da. Ich bin jetzt halt echt mal gespannt, wie viele noch nach diesem Video, was das Comeback-Video ist, wie viele dann wirklich am Ende noch da sind. Ansonsten, so diese klassischen Let's Plays wird es jetzt auch nicht mehr geben. Also wo ich jetzt sage, yo, ich spiele jetzt hier ein Spiel. Das nehme ich dann jetzt von vorne bis hinten auf. Wobei, auf der anderen Seite, ich habe es bei Man of Melee gemacht, das habe ich ja mit Bea zusammen gespielt, also Hayley Casey von Lucky. Da haben wir es dann eben so gemacht, gezockt und dann immer noch nach einer halben Stunde einen Break. Das habe ich mir bei Gronkh abguckt. Gronkh macht das ja auch immer so. Er spielt, fängt ein Let's Play an, macht halt so die Anmoderation nach einer halben Stunde, ist dann halt die Folge beendet und dann geht es halt am nächsten Tag weiter. Also sowas kommt vielleicht dann auch noch eben in Form von Koop-Games. Ansonsten mal gucken. Wie gesagt, ihr könnt ja gerne mal Vorschläge machen, ob es hier halt irgendwas gibt, wo ihr Bock drauf hätte, dass ich das mal spiele. Ob ich es dann am Ende mache, schaue ich mal, weil wie gesagt, ich habe einen sehr, sehr speziellen, speziellen, einen sehr, sehr speziellen Geschmack, was Videospiele betrifft. Und dann gucke ich mal. Sonst, wie gesagt, Hauptbestandteil soll ja so Talks sein. Dann möchte ich auch so Reaction-Videos machen. Wird auf jeden Fall hier definitiv hier, haben ja alle auf das neue Haus von Montana Black reagiert. Das mache ich natürlich auch noch dann hier so zwei Monate später. Wird auf jeden Fall Zeit. Nee, natürlich nicht. Aber sowas habe ich eben vor. Und warum mache ich das Ganze? Weil eigentlich habe ich ja angekündigt, das Thema YouTube ist für mich vorbei. Ich vermisse doch tatsächlich so diese Konversation mit euch. Also dieser Austausch über die Kommentare, der Austausch auf Discord. Und einfach, weil es mir Spaß macht. Ich habe das ja gemerkt, wenn du halt nur Twitch machst, was halt sehr, sehr cool ist, was mich auch sehr, sehr auslässt. Ich streame ja jetzt teilweise so meine acht bis zehn Stunden am Tag. Aber trotzdem einfach mal so ein paar andere Dinge wieder gucken. Was auch wichtig ist, wenn ich mich zum Beispiel dann so mit Themen hier, was halt momentan in der Welt so los ist, auseinandersetze. Das muss ja jetzt nicht nur Politik sein hier. Hier zum Beispiel Donald Trump oder sowas. Das muss jetzt nicht so sein. Aber auch so Thema Sport, Thema Wirtschaft. Das ist halt so das, wo ich hin möchte. Das ist natürlich da auch nicht jedermanns Sache. Aber ich habe einfach Bock darüber zu reden. Weil das ist halt auch so ein Punkt. Dadurch, dass jetzt halt Corona ist, man kann ja nicht so viel debattieren mit Leuten. Weil ich ja gesagt habe, ich ziehe mich da zurück. Aber ich bin halt jetzt auch nicht so der Typ, der telefoniert. Ich hasse telefonieren. Deswegen einfach so dieser Austausch über YouTube wieder. Das ist das, wo ich hin möchte. Und wie gesagt eben so mal ein paar Games spielen. Ihr braucht keine Angst haben, es wird jetzt nicht jeden Tag wieder Phasmophobia kommen, wie ich es dann versucht habe, dann auch einfach wo ich einfach Phasmophobia rausgehauen habe. Weil da muss ich halt sagen, das Spiel ist für mich momentan so ein bisschen, da muss mal ein Update kommen vom Hersteller, weil es dann doch sehr, sehr schnell irgendwie eintönig geworden ist. Der Adrenalin oder das Adrenalin ist zwar natürlich dann noch da in gewissen Situationen, aber mir fehlt da so ein bisschen der Pep da. Ja. Das ist das, was ich euch sagen kann, was euch erwartet. Übrigens, mein Hund ist auch noch am Start. Ihr seht es hier, ganz gechillt auf der Couch. Also Joey existiert auch noch, hat gerade auch geguckt. Dem geht es auch. Ja, ganz so gut geht es dem eigentlich nicht. Der hat eine Ohrenentzündung, die nicht weggeht. Der muss jetzt wahrscheinlich dann operiert werden. Der muss in der Vollnarkose gesetzt werden. Also da dürft ihr dann auch gerne die Daumen drücken, dass es auch besser wird. Natürlich, mir dürft ihr die Daumen auch drücken, dass es sich mit meinem Rücken wieder, jetzt kommt der Wortwitz, einrenkt. Weil es ist halt schon schwierig, wenn du halt nicht mal irgendwie deine Schuhe anziehen kannst, ohne Schmerzen zu haben. Gut Leute, in diesem Sinne, jetzt haben wir 35 Minuten. Ich arbeite an einem neuen Intro. Ihr seht es ja auch hier, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ich habe mir auch ein neues Logo gemacht. Also nicht, weil ich das von Daniel irgendwie dumm fand oder so. Ich habe sein Retro-Logo, was er für mich gebastelt hat, echt gefeiert. Aber ich mag einfach wirklich hier diese Neon-Optik. Ich finde, das ist echt nice. Ich habe das jetzt selbst gebaut. Ich weiß, das ist nicht perfekt, aber ich bin zufrieden damit. Ich bin keiner, wo das so 100%ig sein muss. Ich wechsle mein Logo sowieso gefühlt jedes Jahr. Aber hier, das soll jetzt eigentlich mal so etwas längerfristiges sein, womit ich mich wirklich auch identifizieren. Was soll das ist, wo ich wirklich sage, ja, das ist das, was mich jetzt erstmal überzeugt für die Zukunft. Gut Leute, in diesem Sinne, ich bin mal gespannt, wer das Video bis zum Ende geguckt hat. Wer es bis zum Ende geguckt hat, der schreibt jetzt einfach mal in die Kommentare, äh, Hashtag Bratwurst. So. Das ist das Code-Wort. In diesem Sinne, euch allen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich darauf, dass es wieder losgeht. Ich kann euch jetzt aber nicht genau sagen, wann und wie regelmäßig es jetzt losgeht. Das kommt, da ist so ein Lust und Laune Ding, wie die anderen halt Zeit haben zum Aufnehmen oder so, was mich halt gerade so interessiert. Deswegen würde ich mich jetzt da nicht festlegen. Ich wollte euch einfach nur mal das Signal jetzt geben, yo, Evo2KTV, Daniel ist wieder am Start. Und ja, deswegen, danke fürs Reinschauen, bleibt alle gesund, und bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.